Kohlendste Zeit ist Busch mal weiter, glaube ich, oder? Ja, die Straße einfach weiter bei der raffinerie die meinst du oder die bei der query 12.4 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Leuchtturm Oh, ich hab endlich ne Hose Platz mehr, Inventar? Ne, Inventar spare mir auch komplett voll Auf hab ich gar nicht Ähm Ist das grad Bucky oder so, oder ist das grad Bucky oder ein Absender? Ja, dann aufkreu Ist das grad Bucky wie ich so, ich kann das nicht abholen Wollt mal das Schweinchen Bei der Schwein Bei der Schwein Kann das für nichts noch fahren, oh ja 1000, 2000, 3000, 4000 4000 4000 Polz So lange Ähm So Kann das nicht Ich hab noch mal zu den Leuten Weil wir das noch nicht so schön lassen Ich hab noch mal zu den Leuten Und Ah, da kann man hoch gehen auf, oder fuck? Hochwertiges Metall, Holzschild, was soll ich mit so einem blöden Holzschild machen? Ich glaube, das ist ein blöden Holzschild. Ah, das ist ein blöden Holzschild. Ich bin ein blöden Holzschild, das ist ein blöden Holzschild. Eine Landmine. Lol. Ah. Ein Ich. Ein Hölz. Das ist leider hochzulaufen, das ist ein bisschen backig, glaube ich. Ja, das ist es in der Tat. Besonders, wenn es eine Rundtreppe ist oder so. Das ist ein bereitere, wie ich immer. Jetzt kann das mit mir hin und kommen die Treppe nicht hoch. Ja. Hä? Eine Karte? Ja, ich baue wieder eine Kohle. Ich muss die Boden schon wieder und so einen provisorischen Hammer. Was bringt mir der Scheiße überhaupt? Den Boden kann ich essen. Ich bin hier auf der Seite. Ich bin hier. Ein Blüter. das das so ergegen konnte leute er ist sehr schnell klub tot hochlaufen geht mal wieder ich habe es auch in der rinne Vielen Dank. 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 Notiz... ... 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 ich hätte den Blut nochmal wegschweißen können auch Rechtsklick machen oder die Hüte falten wenn ich sie gerade abkühlen nach so ungefähr auf Steinmaler und Siegel ich habe welche mitgebrachte wird jetzt ist wieder nichts mehr da so wieviel tausend Holz habe ich gerade mitgebracht 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ja, passt 4.000 Holz voll geschwind so 1000 Holz ziehe ich da rein 1.000 Holz ziehe ich da rein und 1000 Holz ziehe ich gerade ich schmelze die Hüte rein damit mit dem Schlumpf das rein damit was ist noch rein nix mehr das ist noch ein schönes Scheißer ja die Schmerke ist auch nicht die Schmerke ist auch nicht Kohle raus Metallfragmente raus rein soll ich mal geschlammeln auf, ne 130 Metallfragmente 130 Metallfragmente kann ausziehe da sein äh knop kling ich will mir den Glock klingeln, wenn ich eine Machete habe Willst du es wirklich wissen? Verraubt mir das. Gar nichts Bringt mir rein gar nichts blöd So, ich putzel mir gerade einen Steak. Ich habe rausgefunden, wenn man das machen muss Landmieten in das Bett und in den Hormergetest wird man da rein, dann darf man es in meiner Ordnung stehen Lecker leckerer Steak leckerer Steak leckerer Steak leckerer Steak leckerer Steak leckerer Steak Ich glaube, ich muss zum nächsten Mal die Kulisse anmachen, das geht halt gar nicht, hast du gar keinen Platz Bau sie doch mehr, späck ich Das geht jetzt einfach aus der Umgang, sondern das ist ja so viel Material nicht Bluffzimmerdesign Lass uns die Fremde Rett noch oben rein stellen Bluffzimmer White Kleing Bluffzimmer Bluffzimmer Vielen Dank. So, die Klampe ist aufgeräumt. Eigentlich könnte ich hier gerade rufen. Nee, Spitzverkehr machen. Okay. 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 Naja, das kann ich von mir nicht auch erwarten, dass es ordentlich ist. Oh, dann muss ich mal Thor's Hammer wieder zurücklegen. So, auf geht's. So, Tür zu. Dann sag ich. Bist du okay in der nächsten Aufnahme? Genau, dann würde ich sagen, ich bring jetzt hier das Steak. Außen wird es eh schon dunkel, dann stoppen wir mal daheim. Bye, bye. See you later in the Violator.